Musik Hallöle, schönen guten Abend Ja, heute spielen wir ein wenig No Man's Sky, einfach mal Um Ein wenig was anderes zu machen Ähm, und Ja, mir wurde vorgeschlagen, dass ich mal Die Expedition Omega mache Ja, und dann sind wir jetzt in Phase 2 Haben noch 5 Phasen vor uns Äh, 4 Ja, mal gucken Also Bis jetzt macht's Laune Äh, ja So, wo ist jetzt das schwarze Loch Ich war doch in der Nähe vom schwarzen Loch Hä? Okay. Okay. Oh, jetzt finde ich das Loch nicht. So. Cool. Die Webcam hat sich verschoben. Wieso verschiebt sich die Webcam? Ja. 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 So. Jetzt. Okay, das passt jetzt. Wo ist denn jetzt die... Hmm. Okay, das passt jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann mal gucken. Ich baue folgendes. Ein Wunderprojektor. Okay, ja. Und dann wären wir mal zu meiner Basis. So. So. Ein Wunderprojektor. Was kann der denn? Oh, ich brauche einmal Antimaterie. Okay. 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 So. Oh, Gott. Oh, ich brauche einmal Antimaterie. Oh, ich brauche. Okay. 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 Oh, erreiche den Treff. Okay. 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 Oh, er will mir ein Upgrade-Frachtverzeichnis. Oh, er will mir ein Upgrade-Frachtverzeichnis. Oh, er will mir ein Upgrade-Frachtverzeichnis. Oh, my God. Oh, my God. So, äh, nochmal. Dingstens, wie heißt das gleich noch? Äh, ein Upgrade für den Rucksack. So, äh, ein Upgrade-Frachtverzeichnis. So. So, dann haben wir das Upgrade und dann können wir in die nächste, äh, Ding ins Kirchen. Äh, das ist so kacke. Und, äh, irgendwie will der den Winkel nicht kriegen. Und zur nächsten Station. So. So. Äh, richtige Seite sogar. So. 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 Also, das Spiel macht nach wie vor echt hammer viel Spaß. Das ist unglaublich. So. 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 Soll. Keck, boi boi, der ist voll im Kreuzchen Gedanken. Ah, da muss ich hin. Ah, da muss ich hin. Ah, da muss ich hin. Ah, okay. Damit haben wir Phase 2 abgeschlossen. Annehmen, annehmen, annehmen. Annehmen, annehmen, annehmen. Oh, noch einer. Oh, geil. Wir haben eine Qualle. Wie geil ist das denn? Ah, geil. Oh, die Künstrei... Was sieht das kacke aus? Ja. Wir sind eine Rakete. Oh. Oh. Was ist das scheiße? Okay. 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 So. Damit können wir in Stufe 3... Da habe ich schon was freigeschaltet, weil ich so viele Tiere beobachtet habe. Ich kleiner Stalker. Oh. 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 Okay. Okay, dann buddeln wir Sachen aus. Ja. Ja. Wow. Vielleicht muss ich mein Raumschiff woanders parken, das ist doch... Deine Groningen. Die Frau, die ich wirklich ausgeregt habe, Ah. Amen. 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 Habe ich den jetzt freigeschutten? Ah, jetzt habe ich keine Energie dafür. Wow, hätte ich gar nicht weit fliegen müssen. Okay. Äh. Zählt das jetzt? Nee. Oder muss ich Schätze ausbuddeln? Ja. 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 Ich verstehe es nicht. Mal gucken. Ja. 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 Okay. Ich glaube, ich gehe mal auf den nächsten Planeten. Ich glaube, ich gehe mal auf den Planeten. Ich glaube, ich gehe mal auf den Planeten. 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 Und was ist das? Ich gehe mal auf den Planeten. 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 Okay Okay, Expedition. Was ist denn als nächstes? Oh. Ich soll Sachen fotografieren? Das mit den Wolken sieht cool aus. Oh. Ich wollte doch ein Foto machen. 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 Ach, planetarisch umgeben. Muss ich dann einfach nur drei Fotos machen? Begibliothe, zu einem kleinen Flachstabscher. Soll ich das, was ich noch nie mit, was ich... Ich bin ein bisschen mit, was ich nicht mit, was ich? Ich habe diese Gerichte nicht geprägt. Uh oh. Okay, ab zum nächsten Planeten. Okay, ab zum nächsten Mal. So. Piraten. Das war's. Das war's. Das war's. So. Was muss ich denn machen? Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das? Das war's. 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 Was ein Scheiß! Hallo? Kleinen Moment, ich muss vorher noch was ausführen. Das kannst du doch keinem erzählen, dass sie sich andauernd aufhängt. So, aber jetzt läuft sie wieder, ja. So, Nubben. Oh mein Gott, nein. Ah, frostiger Planet, da will ich hin. Und guten Tag erstmal. So. 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 Ja, ich habe übrigens Phase 2 schon abgeschlossen. Bin jetzt bei Phase 3 und soll drei Planeten fotografieren. So. 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 Ich habe versucht, die Planeten zu finden und die hat immer nur die Basen angezeigt. So. So. Mal gucken, ob das ausreichend ist. Reicht das? Ja. Stinkigen Planeten? So. 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 Ok. Das ist ja ... wיותer Fold k Pret 시작 Oakland. Das ist ja ... Eben grad und... Ah. Ohne Atmo. Okay. Ja. Macht Sinn. Ja. 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 Okay. Und dann nippelst du einfach ab oder was? Alles rausgereicht? Nee. Ja. 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 aber ich würde gleich mal eben kurz ne kurze Pause machen ich ja und dann mache ich weiter hier mit der Suche nach stickigen stinkigen Planeten und heiß und trocken und ja also ich würde sagen dann bis gleich bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, reicht das? Oh mein Gott. Fails. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Schüsse. Giftiger Planet. Glühender 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 Planet. Soh. Reicht vielleicht einfach nur so ein blöder Wüstenplanet? So... Hat nicht gereicht. Okay. Schädlich? Trostlos? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Vielleicht reicht das ja. Hallo, warum? Ja. 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 Oh, guck mal, sengend heißer Planet, ich glaube, der sollte funktionieren, oder? Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Aber hier brennen sogar die Bäume, also sollte das hoffentlich schaffen. Oh, guck mal. Oh, guck mal, guck mal. So, jetzt muss ich, am besten wäre doch eigentlich, ich finde irgendwie einen Mond oder so. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Nehmen wir mal den. Bei dem schon. So, dann, ach komm, wir fliegen erst mal. So, dann, ach komm, wir fliegen erst mal. So, dann, wir gehen erst mal. So, dann, wir gehen erst mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Inventarplatz geholt Gibt es hier auch noch andere Planeten außerdem Oh, hi Parasitesisch Oh, hi Oh, hi Und next Mit hoher Energie So, und wieder einen Inventarplatz holen Oh, hi 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 So. Oh. Oh. So. 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 Amen. Amen. Das finde ich aber beim Start gut, weil du dann einfach eben gucken kannst, wo du hin willst. So. Ja, also das macht echt Spaß mit dem Teil. Das macht echt Spaß mit dem Teil. Das macht echt Spaß mit dem Teil. Oh Gott, was ist denn hier los? Das macht echt Spaß mit dem Teil. Ja, finde ich aber cool, dass der Planet so heiß ist. Dass man diese Animation bekommt. Ja. 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 Jetzt brauchen wir nur noch die Wasserstoff um... Oh Gott. Oh Gott. Wenn sich das aufgelöst hat, dann kann ich hier auch wieder raus und dann einfach mal... ...gucken. Wo wir Wasserstoff herbekommen. Oh. Ups. 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 Oh, guck mal. Oh. Oh, holy. Grab des Meereskönigs. Nice. Ach, eingehende Nachricht. Oh, sorry. Reisender Speicherstatus bestätigt. Atlas-Diagnose, Iterationskonflikt möglich. Beginn der Protokollausgabe. Ein Zyklus. Wiedergeburt, Tod, Aussterben, Iteration. Alles lebt nur ein Echo. Alles lebt nur ein Echo von Staub und Verfall. Ich kann nicht anders als zu staunen über die schiere Größe des Titans, der dieser Erinnerung lebt. Illusion oder nicht, ich bin froh, dass es nur Knochen sind. Als meine anfängliche Überraschung verblasst, frage ich mich, warum ist diese Kreature tot? Warum hat sie sich nicht entschieden, sich in der Herrlichkeit des Lebens an sich zu erinnern? Und was könnte ein solches Wesen töten? Doch die Knochen geben keine Antwort auf meine Frage. Sie sind einfach da. Nice. Die Knochen sind einfach da. 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 Ah, hier war ich schon. Okay. Ah, hier war ich schon. 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 Ah, wie nice das aussieht einfach mittlerweile hier alles. Ach, vor allem mit den Seifenblasen, dieser schöne Rasen. Also, was aus No Man's Sky geworden ist, ist echt genial. Also, krass. Mega. Und unser Raumschiff sieht auch mega cool aus. Mega nice. Mega nice. Doch, der, also für mich ist dieser Planet was Neues. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, noch ein bisschen die Umgebung vor. Ich bin gespannt. 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 Den finde ich cool. Oh Gott, wie viele Sachen kriege ich hier eigentlich? Ah so, okay. So, Protokoll. Okay, dann will ich jetzt mal eben auf eine... Äh, wie heißt das gleich noch? Okay. 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 Da hin. So. So, eben hier landen. So. Yeah. So, und Jet. Oh, cool. Oh, ja. Das sieht nice aus. Das sieht 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 aus. So, auf zu Polo. So. Zustimm. So. Okay. So. So. Hm. Hm 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 hm. Ja, ja, ja. Okay, da müssen wir hin. Nice. So. Okay, das ist also ein Reißender. Sind das Leichen, die nicht weiter können? Also Tote? Okay. Oh, zu schnell geklickert. Oh. Okay. Okay. Aber einfach die Wächter. Okay. Okay. Mein Leben ist noch so. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Amen. 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 So, dann holen wir erstmal ein bisschen Cadmium. Und upgraden den. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube diese Cubes hatten doch auch immer irgendwas oder? Nice! War eine super Idee! Oops! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, so Verstreiterplanet Ist Verstreiterplanet, ist das exotisch? Testen wir mal Hmm Oh, so Verstreiterplanet Okay, dann Beutelgift Kann ich machen? Okay Okay Ah, okay Okay So Ah, okay 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 Vielen Dank. Nein! Okay. Und dann musst du mit Naniden und so weiter... Ist das hier ein exotischer... Und dann musst du mit Naniden und so weiter... Und dann musst du mit Naniden und so weiter... Was ist das? Oh... Und dann musst du mit Naniden und so weiter... Na, das ist schon... Richtig hardcore... Wie viel brauchst du denn... Drei Sterne Systeme? Oh, ein verfallener Frachter... Ich guck mir den hier eben an... Oh, krass... Ich kann mich nämlich auch noch dran erinnern... Dass du irgendwie für 1000 Naniden... Das Upgrade machen konntest... Ah, okay... Dann war das wahrscheinlich das... Dasabschlag... Ja, okay... Ich weiß nicht... Ah, toll. Boah. Das ist... Aber das sorgt dann halt für Langzeitmotivation und dass du dann auch mal nicht easygoing dann vorankommst, sondern eben fix ziemlich viel machen musst. Oh. Den meinten die wahrscheinlich. Okay. Und mit der... Kannst du dann den... Verkaufst du den Schimmel oder wie läuft das? Und mit der Schimmel oder wie läuft das? Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Krass. Ja, du bist also ewig und drei Tage am Schürfen. Okay. Geschenke gab's noch nicht und hi, Ofenrohr. Ja. Denk... Oh Gott. Nice. Also es ist glaube ich sofort, dass das machbar ist. Und wie gesagt, das bringt dann ordentlich Motivation, denke ich mal dazu. Und wie gesagt, das hier mal dazu. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, Puck Noil Ok, Puck Noil Wimpelmännchen? Was meinst du damit? Ok, Puck Noil 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 Ok, Puck Noil